Hi Leute, willkommen zurück zu Westeros Toll War mit mir, dem Yannick und dem Hausberäfchen von Königsmund. So, ja, nachdem es ja momentan nicht so gut aussieht mit WDJ, ich weiß noch nicht, ob ich da schon ein Video zu hoch geladen habe, jetzt oder vielleicht geht es auch noch irgendwie weiter, oder ich weiß es auch noch nicht so ganz, werdet ihr denn entweder schon gesehen haben oder noch sehen, geht es auf jeden Fall hier standardmäßig mal weiter. Und wir schauen uns das Ganze weiter auch an. So, wir sind hier ja gerade überall schön am Belagern, beziehungsweise da auch bald, hier auch nächste Runde. Und hier unten haben wir jetzt vielleicht erstmal Haus Tyrell vernichtet und sind hier drüben übergesetzt und können nächstes Mal das Tor belagern, nächste Runde. So, ich würde mal sagen, wir beenden einfach mal diese Runde jetzt. So, ja, das wird jetzt hier gerade nichts mehr. So. Schauen wir mal. Die anderen haben da oben wendig erobert. Wir werden da unten belagert von weißen Wanderern. Wir werden jetzt hier angegriffen von weißen Wanderern, das ist ja interessant. Da kommen immer mehr weiße Wanderer. Das ist ja übel. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, wie es hier läuft. Vielleicht dürfen wir doch noch nicht ganz so offensiv hier vorgehen. Ich weiß es nicht. Wir müssen da mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Wir müssen auf jeden Fall mit der Armee, wenn man denn die Schlacht gewinnt, nochmal uns zurückziehen. Diese eine Gruppe, die da uns belagert, vernichten. Und dann müssen wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich sage es mal so, wenn wir auch mal nur ein, zwei Provinzen mehr erobern, passt das ja schon. Dann ist das schon mal eine schöne Sache. Natürlich ganz ekliges Wetter, wie es aussieht. So, nehmen wir mal hier die ganzen Einheiten in bestimmte Gruppen wieder rein. So, hier müsste doch eigentlich ein Flussübergang sein. Natürlich ist hier ein Flussübergang. Wunderbar. Dann stellen wir unsere Bombarden, beziehungsweise die C-Fahrer-Kanonen hier oben mal auf. Und können hier dann unsere Piken aufstellen. Ich würde mich ganz gerne so aufstellen, dass wir dann hier die Gegner reinlaufen dürfen, sozusagen. Und wir dann sie abschießen können. Mit unseren ganzen Leuten hier. Weil das Problem ist, wenn man da wirklich an der Brücke direkt steht, haben wir halt das Problem, dass hier keiner mehr schießen kann von den Einheiten hier. Und das wollen wir ja auch nicht so ganz. In dem her werden wir ganz mal kurz schauen, dass wir das irgendwie so hinkriegen. So. Trotzdem wollen wir natürlich gucken, dass das Ganze jetzt hier schon so eng wie möglich gehandhabt wird. Was hier auch keiner vorbeikommt. So, dann nehmen wir beide Nummer 4. Auch gleich mal noch den Bewachenmodus rein. So, dann können wir hier noch Feuerpfeile reinnehmen. Dann können wir auch an jede dieser Piken-Einheiten hier mal noch so eine Einheit vorne schwerter hinstellen. So, dann schauen wir mal, wer da kommt. Da kommen schon Snarks da drüben. Okay. Sollen sich mal bereit machen hier unsere Gruppen. Und sie schießen auf die Snarks. Und Krummkins kommen auch. Das ist schon eine relativ heftige Armee, muss man sagen. Ganz klar, was da kommt. So, aber ich hoffe natürlich, dass wir es hinbekommen. So, mit denen schießen wir da auch schon ganz gut drauf. Das ist wunderbar. Super. Sprühen wir mal ein bisschen vor, dann können wir mal ein bisschen Zeit sparen hier. Oh, und da fliegt eine Einheit Snarks. Die können wir mal mit einer Einheit Kavalerie von uns verfolgen. So, und dann schauen wir mal. Das werden es ja immer mehr. Jetzt kommen die Krummkins dazu und die ersten Menschen hier. Da hinten kommen jetzt mal Schattenwölfe auch noch dazu. Ja, die Wiedergänge kommen auch dazu. Das war der feindliche General. Aber ich glaube, so eine verlustarme Schlacht hat uns ja noch nie geführt gegen die Weißen Wanderer bisher. Wobei, wie gesagt, hier hinten kommt ja schon noch einiges an Wiedergängern. So, aber wir gucken natürlich, dass wir hier schon einiges töten mit uns in C-Feuer-Einheiten, bis wir überhaupt da sind. Dann schießen wir hier, oder werfen wir hier mal mit dem C-Feuer-Einheiten, bis wir da ein bisschen unterstützen können. Und den General schicken wir hier zurück. Cool. Aber hier geht es jetzt natürlich super gegen diese ganzen Wiedergänger und so weiter und so fort. Wir sind so langsam unterwegs hier. Das ist echt klasse mit den ganzen Feuerpfeilen und unseren C-Feuer-Kanonen und allem rum und dran. Wie viel kommen denn da hinten? Ja, da kommen schon noch einige. Ein paar Snarks sind auch noch am Leben. Ich würde sagen, das ist jetzt so eine Stelle, wo wir uns hier auch wieder ein bisschen vorspulen können. So, jetzt kommen doch einige mal hier vor, sind aber auch nicht mehr ganz so viele, muss man sagen, mittlerweile. Boah, ihr seht, wir sind jetzt ein paar Meter gelaufen und sind sich fast die komplette Einheit tot. So, wunderbar. Jetzt kommen sie doch ein bisschen in die Gänge hier. Jetzt tötet man leider nicht mal so viele, die so bei unseren Linien ankommen. Aber es sind trotzdem noch viele, viele, viele rote Wiedergänger. Wir haben bisher 60%, 62%, 63% unsere Feinde getötet, haben selbst nur 8% bisher verloren. Also hier auf so einer Brücke zu campen, lohnt sich durchaus. Wow. Krass. Auf habe ich spekuliert. Das ist natürlich jetzt eklig hier, das hätte mir früher auffallen müssen. Jetzt haben wir hier einige unserer Gruppen verloren, ziemlich unnötig. Gegen unsere eigene Artillerie leider. Ja, jetzt fliegt hier eine Einheit. Das sind Snarks und Krumkins kämpfen hier auch noch. Wiedergänger vor allem nur noch. So, das muss man halt jetzt mal hoffen, dass das jetzt hier so schnell erledigt wird noch. Wir können da eigentlich auch mal noch eine Einheit von unseren, oder zwei Einheiten davon sogar hier noch in den Kampf schicken. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Wir kämpfen hier immer irgendwie so ewig, gell? Schauen wir mal, wo die das da rumrennen. Ach, das sind die Snarks, die erwischen. Ah, nee, das sind Krumkins. Ich glaube nicht, dass wir die ja noch erwischen. Naja, ist auch nicht so wild. Wir haben trotzdem 99% besiegt. Nee, das ist nicht ganz, glaube ich. Ja, Schlacht verlassen, 216 Mann haben wir verloren, ist dann doch gar nicht zu wenig eigentlich. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns irgendwo anders, wenn wir uns woanders gestanden hätten, nicht an dieser Brücke schlechter angestellt hätten. Natürlich, klar, die eigenen Kills, dieses Friendfire, waren natürlich nicht so toll. So, das ist die Hochzeit, kann man gerne annehmen. Und dann können wir hier mal kurz eine Attacke führen. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich mit der Armee hier mal ganz kurz da runter soll. Und vielleicht ist doch mal Rosmeiden der Ober. Würde es sich halt momentan ziemlich anbieten, glaube ich. Die dürfen mich hier ruhig alle gesammelt angreifen, sobald wir hier Derry belagern. Die machen immer noch ein bisschen Minus. Was würde es sich denn jetzt hier für eine Einheit noch lohnen? Die Hackengritter wären eigentlich schon ganz geil, aber... Ich glaube, erst mal nicht so wahnsinnig viel, dass wir noch was brauchen. Lassen wir es euch mal. Wir belagern jetzt hier Derry. Hier oben können wir das Blüttor belagern. Hier bin ich mal ganz kurz am Schauen, da ist halt auch wieder so ein dummer General drin. Deswegen können wir halt auch nicht erstürmen, weil... ...die hauen jetzt zu viele Leute weg, wenn wir das Auto auswürfeln. Ja, ist einfach leider so. Vielleicht können wir hier auch durchaus demnächst noch einen General rausnehmen hier. Mal noch die Gruppen hier nehmen und mal da oben Kaltwasser und Weisenschwinge erobern. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre da oben so viel unterwegs. An Feinden. Ja, sechs Runden halt noch, acht Runden, neun Runden. Das ist halt jetzt sehr zeitintensiv da oben an der Front. So, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz schauen, kriegen wir die dann gekillt hier oder eher nicht. Was hatten wir hier für Truppen? Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Naja. Eure Befehle? Ich sorge dafür, dass wir die Feinden des Feinds hier sind. Aber ich freue mich auf den Kampf mit euch. Weil also die da oben sind, dass du dich so willst. Ja, aber diese Armee hier und diese Rebellen-Armee sollten wir auf jeden Fall vernichten. Jetzt nehmen wir mal hier kurz die Zweieinheiten raus. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Dann machen wir hier mal ganz kurz einen Zwischenspeicher. Ja, 452 Mann verloren, ich weiß jetzt nicht. Na, für mir ist mir egal jetzt. Passt jetzt schon. So, und dann können wir die hier und die hier mal da rausnehmen. Schicken die Truppen wieder da rüber. Schicken eine Fliege wieder rein. Schicken diese zwei Einheiten auch noch hier runter. Genau. Und ansonsten können wir mal noch fortbilden. So ein bisschen. Gut. Ich glaube auch viel mehr mache ich jetzt hier erstmal gar nicht. Ein Rischthof wäre hier schon geil. Hier unten auch noch. Bisher haben wir eigentlich, verteilen sich unsere Rischthöfe auf Sturmkapp, glaube ich. Und Drachenstein und das halt hier oben. Und da unten haben wir noch gar keinen. Und deswegen wäre das vielleicht gar nicht so schlecht mal. Zur Abwechslung. So. Dann nehmen wir mal hier die Einheit, die Einheit, die Einheit, die Einheit und die hier. Lassen wir mal drinnen. Hier nehmen wir mal mit. So. Das ist halt immer noch keine so gute Armee hier. Da kann man auch nicht so viel anfangen. Aber wir können jetzt bald mal hier hingehen. Jetzt lassen wir das da und das hier mal kurz hier drinnen stehen. Mit dem Rest da greifen wir hier oben die Rebellen haben wir ja mit dem Kursnamen auch noch an. Die sind halt auch noch weg. Ja. Das passt dann. Jetzt erobern wir hier mal drei Städte bald. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht können wir uns Rosmein hier unten auch noch erobern. Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das jetzt läuft mit den anderen hier. Wie das mit denen da oben läuft, mit dem Steinheck mit den Gruppen da. Das tut mir halt jetzt gerade schon wieder weh hier. Diese drei anderen Armeen. Oh, da oben kommen immer, immer, immer mehr, immer mehr. Aber wir können noch natürlich jetzt hier unten mal das Tor belagern. Ich glaube, das können wir auch gleich mal da stürmen machen. Mal ganz kurz einen Zwischenspeicher. 74 Band verloren. Okay. Glaube und Mut haben uns den Sieg gefängt. Und ausplündern. Lobet den Herrn, denn er hat uns den Sieg gefängt. Und wieder aufbauen das Ganze. So. Und dann können wir eigentlich mal so eine Einheit geschworene Schwerter hier lassen. Und gleich noch mal was anderes erobern. Vielleicht, dass ich jetzt hier mal rübergehe. Göttergnad mal noch erobere. Und die Salzküste, wie lange brauchen die denn von hier drüben ungefähr? Ja, die sind relativ schnell hier. Das ist das Blöde. Lassen wir mal die drei Einheiten mal hier. Ja, so passt das. Und wenn wir Sonnenspeer auch noch erobern könnten, wäre das natürlich perfekt. Ja. Mein Göttergnad Sonnenspeer. Und dann könnten wir uns wieder auf den Rückweg machen. Die anderen Provinzen sind jetzt erstmal nicht ganz so wichtig dann. Aber wir können natürlich auch noch von hier oben neue Truppen hinzuholen. Die ganzen Truppen hier auch noch. Kaffee können wir auch noch mitnehmen. Das ist wichtig, dass wir da noch ein bisschen Verstärkung schaffen, dass wir wirklich einen schnellen Krieg da unten führen können. Und sobald dann hier unten mal der Süden wirklich geklärt ist. Klar, wir müssen dann noch Haus Bereffian von Sturmkapp auch noch angreifen. Ja, die Insel. Weiß ich nicht, ob wir die unbedingt erobern müssen. Aber ja, wie auch immer. Und dann könnte man wirklich mal hier einen Angriff im Norden starten. Könnte nebenher dann auch, wenn man dann den Angriff im Norden startet, vielleicht auch noch hier einen Angriff auf Haus Graufreut starten. Auf der anderen Seite wäre das jetzt eine Sache, die wir jetzt nicht unbedingt bräuchten. Also ich meine ganz ehrlich, wenn wir hier unten jetzt im Süden alles erobert haben, ausgenommen die Insel hier. Und von mir aus einfach die Südschild kann man irgendwann mal noch erobern. Mal ausgenommen von den Eiseninseln und dieser doofen Insel von Haus Bereffian von Sturmkapp. Wenn wir alles andere erobern, wäre das ja eigentlich auch völlig ausreichend, glaube ich. Und dann noch den kompletten Norden erobern. Aber das muss man mal schauen. Vielleicht reicht da auch nicht. Da drüben hier zum Beispiel mal anderthalb Frühstacks. Oder wir schicken mal zwei Frühstacks kurz rüber, wenn es nicht zu aufwendig wird. Oder können wir mal die Eiseninseln angreifen oder irgendwie sowas. Das müssen wir mal schauen, wie das läuft. Und wie umständlich das Ganze dann ist, falls wir das machen wollen. Genau, da müssen wir mal schauen. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir mal nochmal eine weitere Runde. Und wir werden jetzt in Sturmkapp von Haus Bereffian von Sturmkapp belagert. Was ziemlich beschissen ist. Ja, mir aus. Wo hatte der die scheiß Flotte? Was war denn das für ein Schiff hier? Wisst du was? Wir laden mal schön den Autosave. Von letzter Runde. Weil mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Weil dann müssen wir da hoch und so weiter. Und das wieder zurückerobern. Dann greifen wir lieber die Flotte an. Und versenken die Flotte vielleicht. Anstatt hier so ein Drama mitzuhaben. Habe ich nicht so Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ach fuck. Geht aber wahrscheinlich gar nicht mehr anders. Doch, wir können unseren Zwischenspeicher laden. Unsere Zwischenspeicher hier. Das ist noch davor. Dann gucken wir Darkfin. Vielleicht können wir ja die Armee aufhalten. Weil ehrlich gesagt... Wirklich kein Bock auf sowas. Mich da jetzt drum kümmern zu müssen. Und wieder zurück zu segeln. Oder so eine Scheiße. Das nervt einfach nur. Jaja, ist okay. 90 Mann verloren. Ist jetzt nicht besser als das letztes Mal. Aber egal. So, und wo steht jetzt die dumme Flotte von dem? Wohin geht es? Hä? Hier steht doch weit und breit keine Flotte von denen, oder? Da müssen wir den Platz nahmen, die Einheiten hier drin lassen. Wenn der so sei hier, dann lassen wir das Ganze halt drin. Abrücken! Wir richten hier ein Nachtlager! Eure Befehle? Vorwärts! Mein Herr? Segel setzen! Wie auch immer, dann müssen wir uns da jetzt irgendwie verteidigen. Dann passt es schon. Machen wir das mal so. Aber ich verstehe echt nicht, wo die Flotte von dem jetzt steht. Ist doch ein Blutens irgendwas. Naja. Egal. Es ist mir eine Ehre, mein Chris. Ich sorge dafür, dass ihr euch... Wir werden niemals aufgeben! Mhm. Ja, ich würde sagen, dann können wir die Runde jetzt dann schon beenden. Müssen dann halt hoffen, dass da jetzt nicht so viel passiert. Können wir auch mal die zwei Einheiten übrigens, oder die drei Einheiten, mal hier rüberbringen. Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Fällt mir gerade so auf. Wohin geht es? Das passt dann auch. Mich würde mal interessieren, wo stehen eigentlich unsere ganzen Flotten? Ja! Ach, das ist unsere Superflotte, steht immer noch da drüben, dumm rum. Die schicke ich jetzt mal wieder hier zurück. Würde ich ganz gerne eigentlich lieber da drüben haben. Die Sui nehme ich schon die ganze Zeit eigentlich. Ich hoffe gerade, dass die jetzt vielleicht dann doch nicht angreifen, weil es würde dann halt auch wieder nerven, weil dann müssen wir gegen die doofen Dings da unten kämpfen. Okay, jetzt greifen sie nicht an. Ich glaube, das war eine Spawn-Armee. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber sowas hatten wir ja schon mal sowas komisches. Dann hoffen wir einfach mal da drauf, dass das eine Spawn-Armee war. So, nehmen wir mal die ganzen Dings hier runter. Und nehmen wir mal ein paar Truppen runter. Und lassen wir mal die zwei Einheiten hier. Versuchen dann, Götterknacht zu erobern. Das habe ich dann nur vergessen, die Truppen richtig lang zu schicken. Verlust mich. Na ja, egal, Götterknacht können wir erobern und Sonnensperr. Wenn wir Sonnensperr haben, dann war es das, glaube ich, bald mit denen hier. So, was nehmen wir denn jetzt hier noch mit? Ich sollte übrigens mal unbedingt auf meine Uhr gucken. Oh ja, ich habe es gar nicht schlecht getimed bisher. Sieht doch ganz gut aus. So, wir nehmen ja noch eine Einheit Armverschützen mit. Wir gehen dann mal hier rüber irgendwo. Kommen uns dann da drum. 35 Mann verloren, völlig in Ordnung. Eigentlich gedacht, es wird schlimmer. So, dann können wir hier nach Großhalt zurück. So. Und wir können hier unten nicht so viel machen. Aber wir können hier noch ein bisschen was in guten Gruppen mitnehmen. Wow. Ja, abrücken. Es ist mir eine Ehre, mein König. So. Bilde eine gute, abgeler Armee, mein König. In der nächsten Runde Aschfurt mal belagern. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Wer hier gewinnt. Ich hoffe, die kämpfen überhaupt gegeneinander. Weil beides wäre eigentlich gut, wenn sie gegeneinander kämpfen. Hier ist das immer eine Win-Win-Situation für uns sozusagen. Beide verlieren ja einiges an Leuten. Und vielleicht eine Armee wird auch vernichtet. Deswegen wäre das ganz cool eigentlich. Okay, die haben anscheinend da oben wieder verkackt. Gegen Haus Tully. Ja, mein König. Für den wahren Krieger gibt es keine Regeln in der Schlacht. Genau. Ja, Haus Tully muss man auch irgendwann mal weghauen, wenn es hinhaut irgendwie. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Und dann werden wir uns nächstes Mal um diese Schlacht hier kümmern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!